Ja, hallo vorne, noch eine kleine Reaction auf das neue Disney-Projekt Snow White, Schneewittchen. Wie wir alle wissen, wunderschönes Märchen, wie auch die anderen Märchen der Brüder Grimm. Nichts, was in der Real passiert ist, sondern gerade in Märchen, wissen wir ja, werden archetypische Themen aufgegriffen. Ja, Märchen waren vielleicht das Netflix, der, weiß ich nicht, von der 1800er oder wann auch immer das rausgekommen ist. Und ja, wurde ja auch vielfach analysiert, warum Märchen so wichtig sind. Und ja, sie nehmen eben auch viele, wie Jung da auch schon sagt, in diesen kollektiven Archetypen geht es natürlich auch viel um Polarität. Und ja, auch Schneewittchen, müssen wir jetzt nicht alles ausführen hier, ist ein Ausbund an Polarität. Und sie ist ja auch trotzdem eine starke Person, die überwindet ja auch vieles da. Und auf jeden Fall, als ich jetzt meine, gibt es einen Titel, Go Vogue, Go Broke, gilt ja nicht immer. Also, es gibt ja auch Vogue-Sachen, die gut funktionieren. Aber, also Disney schafft sich ja, ich weiß nicht, wer es verfolgt, der Aktienkurs ist ja auch völlig eingebrochen, schafft sich komplett gerade selber ab. Und ich sehe das auch ganz viel, das ist ja auch ein wöpflichen Rundfunk, das ist ein Versuch, ständig so Vogue zu sein. Und ich weiß gar nicht, was ist mit der Welt los? Also erst mal sagt, also ich würde das nie sagen, aber dieses Vogue-Mindset sagt ja auch, ein Behinderter muss von Behinderten gespielt werden. People of Color muss von People of Color gespielt werden und so weiter. Ein Schwuler muss von Schwulen gespielt werden und so. Aber bei Schneewittchen wird natürlich ausgerechnet jemand gecastet, der so gar nicht wie Schneewittchen aussieht. Also das ist schon irgendwie alles, also die Welt ist einfach, ich leide da so dran, die Welt ist einfach so verrückt geworden. Und ja, und Rachel Ziegler hat sich da eine Menge Feinde gemacht, wirklich in einem völlig katastrophalen Interviews. Ja, ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ich hoffe, das klappt hier auch. Ja, erst mal, was das Ganze mit 1937 zu tun, ist wieder so, wieder so, als wenn das jetzt, so was jetzt heißen, ist halt irgendwas nationalsozialistisches. Das ist der Film, ich meine, und dann, also wird da jetzt jemand gecastet, der das Märchen offensichtlich hasst. Hast bis aus Blut. Also das ist schon, und dann, wenn du auch wieder dieser latente Männerhass, gut, das ist ja mittlerweile schon völlig on walk. Und wie gesagt, könnt ihr auch wieder schreiben. Früher gab es halt immer Frauenhass, alles, kann jeder darüber denken, was er will, aber ich stelle es nur fest, es ist auch wieder Männerhass. Ja, also der Prinz ist ein Stalker, er sagt, hallo, tickt es noch irgendwie. Und vielleicht wird er ja auch rausgeschnitten, ne, auch noch. Warum, man kann ja über alles wirklich einen Film machen, das ist wunderbar, ne, aber warum muss man sich da ein Schnellwittchen vornimmt? Es ist einfach ein fucking Desaster, wirklich. Okay, schauen wir mal weiter. Ja, auch da ist jetzt reingeschnitten, dass sie bei diesem Writers-Streik da mitgemacht hat in Hollywood, also die Drehbuchautoren und so streiken ja. Ja, weiß nicht, warum sie da streikt, weil sie wird nur eine Menge Geld dafür kriegen, aber auch da wieder, sie sagt, sie müsste für jede Stunde, wo sie in diesem Schneewittchen-Dress rumsteht, müsste sie so irgendwie extra bezahlt werden. Auch wieder völliger Hass auf diese Figur, warum, warum, also das ist, die Welt ist einfach völlig verrückt geworden, nein, wirklich. Ja, wieder mehr vom gleichen Hass auf das Märchen. Ich bin fassungslos, wirklich. Ja, diese Megadona auch noch mit irgendwie. Also, das wird jetzt so umgeschrieben, dass es keine Liebesgeschichte mehr ist, sondern eine Empowerment-Geschichte, wo es eben nicht mehr um den Prinzen geht, sondern um, ja, dass es eine Führungspersönlichkeit wird. Ja, das kann man ja alles machen, was hat das mit diesen Märchen zu tun, ey, das ist, oh, das ist wirklich auch wieder dieses, also was viele nicht verstehen, dass die Menschen sich danach sehen, wenn die Märchen, das ist ja das voller Märchen, das ist immer das Gleiche. Warum wird sie ja als Kind immer wieder hören, weil die das, ja, irgendwie so einen Trost gibt, immer wieder, warum gibt es in Filmen eigentlich nur sechs, sieben, acht, werden euch Drehbuch-Autoren bestätigen, es gibt nur so, ich glaube so, acht Storylines, mehr gibt es gar nicht, ne. Es gibt acht Storylines, das ist eine von diesen acht Storylines, warum ist das so? Ja, weil wir das gut finden, ne, weil wir zum Beispiel so eine Heldengeschichte gut finden irgendwie, ne. Und, ähm, und wenn man Filme mal Schnellwittchen macht, ja, was, was will man, natürlich, äh, es gibt ja viele Märchenverfüllungen, die echt super witzig sind, aber, warum nimmt man sich dann einen anderen Stoff? Es ist einfach, das ist völlig crazy, Leute, echt. Und, wenn man sich so, was es, was war es hat, wenn man sich so an, was, was es ist, warum, was eine Frau ist für, weil eine Frau ist fit für in der Welt. Und so, wenn wir, wenn wir viermalen die, die Frau ist, wie Wir haben, wir, dass wir noch Flexibilität in der Art Führung haben müssen, wie wir ihre eigene Macht haben müssen, bevor sie kann in der Stoffen um den König umgelegenheiten kommen. Das ist nicht mehr von der Prinz. Und sie ist der Pro-Active-Artik-Lin und sie ist der Grund, der umge-Terms, ist wein, was es ganz so relevant, wo wir uns heute sind. Leute, ich sage mir ganz ehrlich, sind wir verloren oder sind wir nicht verloren? Also wie gesagt, kann man alles machen, alles wunderbar, aber die haben dieses Märchen nicht verstanden, dieses Märchen nicht verstanden und es macht mich, Leute, ganz ehrlich, es macht mich verrückt, es macht mich verrückt, ey, wirklich dieses, was ist mit der Welt los, das ist einfach ein Wahnsinn, auch da, wer es jetzt nicht verstanden hat, geht es ja darum, ja, der böse Prinz und Patriarchat und nein, Frauen, ja, ist ja alles, ist ja alles wichtige Themen, aber warum muss man dieses Märchen dann zerstückeln, sagt ihr es mir. Ja, nochmal aus dem Schneiderraum quasi ist mir noch eingefallen, die sieben Zwerge, also in diesem Film von der, den Disney ja produzieren will, gibt es auch sieben Zwerge, so, ne, was machen wir jetzt mit sieben Zwergen, also normalerweise wäre es ja so, da ja kulturelle Aneignung, also man, müsste man ja Zwerge auch mit Menschen besetzen, die nicht groß sind, aber das geht natürlich auch wieder nicht und um da sozusagen, ja, und Zwerge an sich ist ja schon, ich meine, das ist ein Märchen, Leute, das ist ein Märchen, es gibt keine Zwerge, also zumindest nicht sichtbar hier irgendwo, also da hat man natürlich auch schon wieder Angst gehabt, oh Gott, das ist ja auch schon wieder diskriminierend, ne, und was nimmt man anstatt Zwerge irgendwie so einen Haufen, weiß ich nicht, diverser Menschen, unterschiedlich groß, unterschiedliche Hautfarben, also wer denkt sich sowas aus, wirklich, ey, es ist wirklich verrückt. Jetzt könnte man ja meinen, dass immer das Problem, dass es nie genug ist, ne, jetzt ist ja alles so vogue und so divers und jetzt ist doch alles gut und jetzt haben sich, das kann ich echt keiner ausdenken, es haben sich, das kann ich jetzt aber verstehen, was jetzt kommt, es haben sich, ja, Kleinwüchsler oder ich weiß jetzt nicht, wie man das korrekt ausdrückt, also Schauspieler haben sich beschwert, sozusagen, wenn es dann schon mal einen Film gibt, wo sie mitspielen können, in sieben Rollen im Blockbuster, dass da ausgerechnet die Rollen ausgetauscht haben, das ist wirklich, oh, ich weiß, die Leute, das ist noch normal, das ist ja auch, ich habe jetzt gehört auch, dass, weiß ich nicht, Tato aus Münster, das ist auch, da spielt ja auch jemand mit, also ich liebe den Tato und ich finde die Schauspieler auch die, ja, das ist ja auch mal so ein Gag mit dem Gerichtsmediziner und seiner Assistentin, die ja auch, ja, sehr klein ist und dass sie auch schon da keine Witze mehr drüber machen dürfen und es gibt Warnhinweise bei alten Harald-Schmidt-Folgen und Orko Walkes, ich weiß nicht, können wir nicht einfach mal die wirklichen Probleme in unserem Land angehen, irgendwie das, weiß ich nicht, dass es wirklich überhaupt keine Innovationen mehr gibt, dass uns alle anderen Kontinente überholen, also ich, das, weiß ich nicht, dass unser gesellschaftliches System nicht mehr so funktioniert, dass die Leute sich nicht mehr wohlfühlen im eigenen Land, also können wir das nicht mal thematisieren, aber nein, es muss, sowas ist jetzt, sowas muss alles gemacht werden und ich, also ich kann es, mein Mist, das ist letzten Endes mir alles wurscht, aber ich denke mal, das gibt es doch gar nicht, also wie kann, wie kann sich eine Gesellschaft so entwickeln? Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, macht die folge Kurse, wenn euch solcher Content gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, danke für die Kanalmitgliedschaften und bis zum nächsten Mal, ciao ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.